Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich ein paar Informationen über vielleicht Neuerungen in den kommenden Updates zeigen. Wenn euch solche Videos gefallen würde ich mir natürlich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Dort werden wir heute wahrscheinlich ein bisschen 1v1 Zone Wars und so machen. Vielleicht dann auch noch ein bisschen Road to Champion. Mal schauen, wenn ihr auch noch irgendwelche Video-Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Interessiert mich auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir beginnen hier mit Pleasant Park. Denn wie es wahrscheinlich auch schon viele mitbekommen haben, hat sich hier ein bisschen was verändert. Zumindest wenn man weit davon weg ist. Also es ist ja so, dass bei allen Häusern, bei allen Gegenständen, die auf der Map existieren, die natürlich nur geladen werden, wenn man nah dran ist. Und gerade sieht man zum Beispiel die Sicht, wenn man ziemlich weit von den Objekten entfernt ist. Dann ist ja eben halt alles so ein bisschen verschwommen, hat keine genauen Texturen. Und deshalb sehen wir hier auch nicht die genauen Umrisse. Allerdings ist normalerweise dann eben halt alles, wenn wir hier zum Beispiel bei der Tankstelle gucken, sieht das relativ ähnlich aus. Ja, die Brücke ist natürlich ein bisschen sehr verpixelt und ja nicht wirklich passend. Da hinten Frenzy Farben auch. Aber es sieht eben halt so im Groben und Ganzen relativ normal aus. Allerdings, wenn wir jetzt mal nach Pleasant Park hier schauen, dann sehen wir, dass ganz, ganz viel an anderen Stellen ist. Beispielsweise ist das Haus da hinten komplett an der anderen Stelle. Also es befindet sich da ja mitten auf der Straße einfach. Und da, wo das Haus normalerweise ist, an der Stelle hier, dort ist eben halt einfach gar nichts. Dort ist dann nur der Boden, der unterplassend ist. Ebenfalls hier bei diesem Mittelstück ist nichts. Da ist auch dann nur der Boden, der sich da drunter befindet. Das Fußballfeld ist tatsächlich relativ normal. Hier hinten das Haus ist auch nur wieder etwas verrückt. Das stünde ja normalerweise hier, glaube ich, auf diesem Platz drauf. Und zum Beispiel hier auch das von dort ist jetzt auch in dem Haus da mittendrin. Das heißt, sehr viel ist verschoben. Hier sehen wir es auch. Also die Gegenstände haben jetzt schon geladen. Wenn wir etwas zurückgehen, dann müsste das auch wieder wie bei allen anderen Sachen aussehen. Aber die reine Haustextur ist eben halt komplett woanders. Das wäre eben halt auch normalerweise genau da drauf. Und das ist sogar gedreht, das Haus. Also normalerweise wird das ja, glaube ich, einmal um 90 Grad so gedreht sein, damit es da überhaupt reinpasst. Und das deutet natürlich darauf hin, dass sich irgendetwas mit dem Ort ändern wird. Denn warum sollten wir es sonst aktualisieren? Das ist auch erst so seit dem letzten Update. Vorher sah das genauso aus wie zum Beispiel hier unten. denn Craig Cliffs ganz normal auch aus der Ferne, weil dort sind, glaube ich, die Sachen geladen. Teilweise jetzt nicht mehr so. Also es sieht ja immer trotzdem relativ normal aus, auch wenn die ganzen Entities dort nicht geladen sind. Und hier haben wir ja beispielsweise auch dort unten unter dem Fußballplatz ein Helikopterlandeplatz. Und da wir ja demnächst irgendwann in den nächsten Wochen die Helikopter auch ins Game reinbekommen werden, muss eben halt dieser Helikopterlandeplatz, der unterirdisch sich da irgendwo drin befindet, auch zugänglich sein. Warum sollte man sonst da unten so einen Helikopterlandeplatz bauen? Deshalb wird das auf jeden Fall aufgehen. Und die Frage ist jetzt eben halt, wird das so wie eine Schiebetür, dass das irgendwie dann hier noch da drüben geschoben wird? Oder wird es dann einfach sozusagen aufgebuddelt an der Stelle? Und dann ist natürlich die Frage, was passiert hier mit diesen ganzen leeren Flächen? Ich denke mal, die haben das, also Epic Games hat das wahrscheinlich weggeschoben, die alten Sachen, die da drauf standen, damit die intern schon ausprobieren können, wie denn vielleicht neue Häuser dort aussehen. Und da ja da unten die Shadow-Basis drin ist, breitet sich vielleicht Shadow hier bei diesem Haus da aus, auf das Haus noch. Dann wird das vielleicht hier auch noch ein bisschen weiter die Basis erweitern. An der Stelle noch, da hinten ebenfalls noch. Also so ziemlich an jeder Stelle eigentlich hier in dem Ort. Und das ist ja, glaube ich, auch normalerweise gedreht. Also wirklich im Prinzip wird es vielleicht, ist natürlich nur eine reine Theorie, würde aber vielleicht tatsächlich hier die ganze Stadt übernehmen und dann einmal alles verändern, alles ein bisschen umbauen. Wäre auf jeden Fall ganz nice, weil letztendlich Pleasant Park auch eine Stadt ist, die es seit Season 1, also Chapter 1, Season 1, tatsächlich ja schon in Fortnite gibt. Von der ersten Stunde von Fortnite gibt es diesen Ort einfach schon. Er wurde nicht verändert, außer einmal eben halt, wo das Marshmallow-Stadion drin war. Dann natürlich noch ein bisschen Halloween-Dekoration oder sowas da auch mal reinkam. Und dann eben halt nochmal das Football-Feld, also wurde eben das Fußball-Feld einfach in ein American-Football-Feld umgewandelt. Aber ansonsten gab es tatsächlich keine Änderung. Hier unten im Bunker natürlich einmal ein Keller, der da unten, glaube ich, drin war. Aber die Häuser an sich kennen wir so seit Chapter 1, Season 1. Und deshalb wäre es vielleicht auch mal ganz nice, wenn sich dort etwas verändern würde. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf, was da passiert. Auch was darauf hindeutet, dass wir vielleicht schon diese Woche, vielleicht sogar schon morgen ein Update bekommen, ist, dass Epic Games jetzt mit den Vorbereitungen für das 12.2er-Update tatsächlich fertig ist und jetzt schon angefangen haben, an den 12.3er-Update zu arbeiten. Normalerweise machen das eben halt immer, oder sind die fertig, kurz bevor das nächste Update kommt. Wir brauchen ja auch noch Skins. Ich glaube, alle Skins wurden tatsächlich veröffentlicht, alle Lackierungen. Das heißt, wir brauchen eben halt noch ein paar Sachen, die auch diese Woche veröffentlicht werden. Die Frage ist eben halt nur, wird das ein reines Bugfix-Update mit vielleicht ein paar neuen Skins sein? Oder wird das tatsächlich, wenn es 12.2 letztendlich wirklich ist, was diese Woche reinkommt, dann müsste es ja auch ein größeres Update sein. Das heißt, vielleicht ein paar neue Map-Updates, eine neue Waffe. Wir haben ja zum Beispiel die Heavy-Shotgun noch in den Gamefiles, die ja irgendwann reinkommen muss. Dann eventuell die Pepper-Sprayer-Waffe, wobei das auch nur eine Only-Rettet-die-Welt-Waffe sein könnte. Die ist auf jeden Fall eine Rettet-die-Welt. Die Frage ist eben halt nur, ob sie dann auch noch in Battle Royale reinkommt. Und dann hatten wir ja auch noch die Scopter-Air, die irgendwann reinkommen müsste. Ich glaube tatsächlich, die Scopter-Air würde als erstes reinkommen. Und die Helikopter-Landeplätze auf der Map werden sich wahrscheinlich auch aktualisieren. Da sind ja teilweise nur Sandplätze. Zum Beispiel dort hinten an der Stelle befindet sich hier so ein Sand-Helikopter-Landeplatz. Vielleicht werden die noch ausgebaut. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt drauf. Ich werde natürlich, wenn morgen ein Update rauskommen sollte, euch zum einen im Shop-Video darüber informieren, wann das rauskommt. Und dann wird es natürlich ein Video zu allen Neuerungen geben, die es mit einem Update gibt. Auch wenn es vielleicht noch Skin-Updates oder neue Skins sind, die reinkommen, neue Game-File-Änderungen, werde ich euch darüber berichten. Wie gesagt, abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch gerne weitere Video-Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.